Ja, hallo Leute, es ist Dolententor und ich dachte, ich mach einfach mal so scheiß Dolententor wie der Freizeit-Guru, wo man halt so gut wie gar nichts versteht. Einfach die Dolette läuft ja auch durchgehend, da versteht man halt überhaupt gar nicht, was ich sage. Ich versuche das mal zu stoppen. Aber eigentlich geht das hier sehr gut. Okay, ich muss dann jetzt wieder. Ich hoffe, man hat alles verstanden, was ich gelangt habe. Und wenn nicht, ist das auch gar kein Problem. Es ist ein Dolententor, dann muss man auch nicht immer alles verstehen. Tschüss meine Hohenmäuse, nicht die Hohenmäuse. Tschüss.